was geht youtube ich wurde zurückgesetzt ich habe noch mal geguckt in der folge gestern bin ich auf level 25 gekommen dann mache ich gerade wirklich das spiel auf und das sehe ich und ich habe das noch nie gesehen auf keinem account seit ich das spiel spiele die gespeicherten rangdaten scheinen fehlerhaft zu sein ihr rang wurde auf die letzte backup kopie zurückgesetzt einfach so um vier level runter gesetzt das ist ja so ekelhaft mann bin ich wieder level 21 so hä so es macht keinen sinn alter man die letzte folge habe ich so habe ich glaube ich in einer folge so gut gelevelt mann und jetzt passiert das das ist ja so lächerlich bin jetzt auch nicht warm gespielt weil ich diesen bildschirm mit aufnehmen wollte das ist doch nicht das ist doch wirklich ein schlechter scherz wirklich ich kann es nicht fassen es ist mir noch nie passiert ich wurde noch nie in meinem leben zurückgesetzt naja was soll's habt ihr zwei tage mehr die videos aber ich ich kann es ehrlich also ich ich check das ehrlich nicht ich check das nicht das kann nicht sein das kann nicht passiert sein naja ich weiß auch wo ich in world war 2 zurückgesetzt wurde habe ich das spiel deswegen nicht mehr gespielt ja geile team aufteilung wieso suche ich überhaupt multiteam bin ich eigentlich total dumm mann eddie letzte folge ich meine klar die folge ist ja trotzdem cool und dieser trotzdem auf youtube aber um die level geht es mir einfach gerade hey das ist ja so widerlich ohne scheiß es ist ich frage mich wie das passieren konnte wirklich wie konnte das passieren einfach ja keine ahnung alter ich muss ich jetzt irgendwie erstmal einspielen mann 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 ich kann es einfach nicht fassen so jetzt habe ich mich genug aufgeregt aber eigentlich nicht tommo nimmt mir die ehre fast wie gesagt ich kannte nicht dass es das gibt irgendwie ja war klar ich kannte also ich weiß nicht ist euch das schon mal passiert leute dann schreibt es mir unbedingt mal in die kommentare ich muss es unbedingt wissen weil ich wusste nichts davon ich kann euch aber versprechen die nächsten folgen werden sehr 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 besonders weiß ich ob ich das schon mal spoilern kann jetzt nee ihr seht es dann einfach auf überraschungsbasis ach er hat geist natürlich shotgun geist ehrenmann nennt man das glaube ich auch im im fachjargon er ist unter mir mein gott von anderer ja man genau den richtigen hat es erwischt genau den richtigen hat es erwischt ok wenn wir hier spawnen dann komm ich komm jetzt von hier älter typ soll wiederkommen schön der shotgun geholt wirklich ist es immer noch so es steckt immer noch so richtig in meinem herzen ach schöner c4 kill zum schluss immerhin 72 gegangen das ist ja stimmung ist natürlich etwas gedrückt gerade beim roto commander wo es darauf ankommt zu leveln passiert mir das zum ersten mal ich weiß halt nicht ob das jemand absichtlich gemacht hat ob das irgendwie ein hack ist oder was weiß ich aber naja was soll's gut lassen wir das müssen mal gucken dass wir wieder level 25 kommen ich vermute mal dass es dieses mal aber etwas länger dauert weil die wie gesagt ich habe die letzte folge so extrem viele punkte gemacht das war halt richtig heftig über so ein lobby muss man sich ja fast schon freuen heutzutage alter die leute warten hier für cargo was habe ich denn jetzt das heißt ich habe jetzt auch nicht die drei aufsätze frei ne die fl ist auch wieder weg primärwaffe ist auch wieder weg das ist ach das ist einfach ein abfahrt ohne scheiß standoff na gut ich weiß gar nicht welche ob ich letzte ich glaube das waren sogar zwei folgen die damit quasi level technisch nichtig gemacht wurden oh ja mein gott die team aufteilung das mal so bruder jawohl schön einmal glück im leben einmal glück im leben einmal glück im leben einmal glück im leben der kaufs 2 ok komm der schmerz lässt langsam nach jetzt habe ich die shotgun folge quasi aufs haus gemacht so wir gehen ein bisschen mit der vektor rein gewinnen und der bessere wird nun mal gewinnen das ist einfach eine regel die stimmt der unsterbliche guck mal her bruder da wurde ich fast gesniped das wird der typ da oh die S zu jawohl sauber mann jawohl sauber nein ah B23R die einzige waffe die mich da so weg lasern könnte mann huh ok ok dieser typ der hinten der macht mir der naja gut jawohl das war mein einziges ziel scheiß auf alles aber den typen da raus holen ok das kann die wahrscheinlich wieder von hier oder oh mein gott hitmarker ok hat ihn die kommen jetzt hundertprozentig von hier ich bin hier durch den typen holen wir schön ok erstmal dünner laden auf entspannt die drohne steht drohne drohne komm jetzt machen wir keine faxen ne ist der typ da ja ok konterdrohne ist da wieder außen rum laufen Also ich glaube ihr seht, ich bin schon wieder ziemlich drin in BO2. Ich habe mich jetzt nicht eingespielt und dafür läuft es echt okay. So einmal noch scannen bitte mit der Drohne. Die gehen ganz außen rum. Auf entspannter Basis. Es könnte nämlich überall sein, dass die hier sind. Ich wollte ihn cool holen und kassieren und turnen meines Lebens. Ich wollte ihn so cool holen und kassieren. Einfach einen richtig kranken Turner. Alles klar. Oh. Da habe ich ja was leckeres gesehen. Das war so riskant, was ich gemacht habe. Oh, Nuller Prezi. Ganz, ganz schwach. Schwaches Aim hier. Mit An, mit Vektor, besser als Aim als mit An. Alles klar. Da wollte jemand einen C4 werfen. Komm her, Bruder. Junge Teammate. Der mich geblockt hat, Alter. 14 Kugeln. Jetzt auf einmal wieder so eine Biest-Szene. Davor kassiere ich einen Turn-On von einem Noob. Macht halt so keinen Sinn. Kein Sinnpunkt, komm, Alter. Komm. Boah, ich habe so Bock auf AN. So, wenn wir hier... Spawnt hier jemand? Und schnell hier lang. Der Sniper, dass er mich nicht kriegt. Oh. Okay, komm. Wir sind 1-2 Orbi, glaube ich. Wir chillen mal kurz. Okay, wir gehen mal hier oben lang. Ist er tot? Ich glaube, ja. Okay, jetzt gehen wir hier lang. Komm, wir wollen diesen Orbi haben. Wir wollen... Oh mein Gott. Jetzt bin ich genau 1 vor. Lächerliche Szene, by the way. Wirklich lächerlich. Ja, natürlich. Komm. Ey, diese EMP-Granaten, das ist so ekelhaft. Wirklich. Guck mal. Was habe ich von meinem Orbi jetzt gehabt? Danke für nichts. Er rennt ihm hinterher. Ja, denn ist es gar. Ist ein Ehrenmann. Hunterkill hat den hier hinten geholt. Immer noch keine AN-Munition. Nice. Nice. Quanta-Drohne. Einer ist hinten gespawnt. Erst den hier. Na, Runde vorbei. Aber schöne Runde gewesen. Kann man sich nicht beschweren. Level 22. Wuhu. Alter. Hauptsache auch in der Runde ein Turn-On kassiert. Musste natürlich sein. Aber es macht mir gerade schon Spaß, Alter. Ich habe wieder kein Prestige-Emblem. Wahrscheinlich wird ja zurückgesetzt. Level 2 diesmal einfach so auf Spaß-Ebene. Juckt ja keinen. FHL ist da. Und Primärwaffe. Okay. So, das heißt, wir können jetzt immerhin uns diese Klassen hier machen, die ich machen wollte. Und zwar einmal die wieder zum zweiten Mal. Ja, auf entspannt. Das raus, das raus. Genau so war das. Dann Primärwaffe. Und jetzt drei Aufsätze. Der Schally. Schnell ziehen. Und der Schaft. Und natürlich eine schöne Tarnung. Genau. Und dann machen wir uns. Machen wir mal hier. FHL ist so eine geile Waffe, Leute. Mit Rotpunkt und Schaft. Ja, Mann. Und mit Kohlenstofffaser. Nice. Stand-Off wieder. Können wir nochmal spielen. Wollen wir noch eine Runde FHL spielen? Ja, lassen wir machen, komm. Eine Runde FHL mal. Wobei, ja, wir gucken einfach. Wir gucken. Das Leben ist ja offen für alles, Freunde. Deswegen kann das Spiel bitte starten. Danke dafür. Okay. Alter. Ist das ärgerlich oder ist das ärgerlich? So, FHL, da muss man triggern. Gucken, ob das damit geht. Eben habe ich ja ziemlich viel gesprayt. Deswegen. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade so im Trigger-Mode bin. Ja, bestimmt irgendwie. Bin ich überhaupt scharf gestellt? Na, keine Ahnung. Nicht, nicht perfekt. Das ist... Ich fahre mit einer Kugel down. Er hat die PDW von 2012. Ohoho. Ihr habt es gesehen. Ich fahre wirklich mit einer Kugel down. Hardcore spielen wir anscheinend. Er hat die PDW. Er hat sie. Freunde, er hat sie. Er spielt immer noch genau wie 2012. Alles klar. Er kommt immer her. Die sind da gesp... Er ist da gespawnt. Alle spawnen hier. Ich habe eine Zweitwaffe. B23R. Hat hier hinter mir jemand auf mich geschossen? Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ich komme aus Versehen auf den Messern. Oh mein Gott. Das hätte ich auch besser regeln können. Er ist so ein Noob, Digga. Ich kriege ihn nicht mal. Mann. Digga. 8-5. Na, FL ist echt so eine gewöhnungsbedürftige Waffe. Aber der war auch... Ich spawne wahrscheinlich für dich. Safe. Ist doch hier noch einer drin, oder? So Glück gehabt, Digga. Mehr Glück geht nicht. Ich habe so veraimt mit zwei Waffen. Oh mein Gott. Okay. Die FL ist halt geil, wenn man so mit Orbi und Pre-Aim und alles... Dann ist die halt richtig krass. Das war geschenkt. Spawn schon tankt, wenn ich wusste es. Zwei sind wieder hier drin. Okay. Lull. Alles klar. Okay. Drei. Zwei. Okay. Come on. Snipen wir. So ein wenigstens mal. Er ist der Best. Er ist wirklich ein Ehrenmann. Er ist wirklich ein Ehrenmann, Freunde. Ja, Rotpunktvisier ist dann auch weg. Egal, dann snipen wir. Oh, Orbi. Lecker. Würde ich jetzt gerne raushauen. Die warten, die warten da jetzt locker. Ja. Ich konnte nicht schießen, weil ich nochmal repetieren musste. Mann. Okay, der Typ ist auf jeden Fall oben. Kommt runter. Oh mein Gott. Jetzt habe ich ihn mal komplett zerstört. Das war blöd geklettert. Es gibt schon ein paar Ehrenmänner in der Lobby, Mann. Das muss man wirklich mal sagen. Oh mein Gott. Das will ich sehen, wie ich auf ihn zugestürmt bin. Ja, ist halt einfach zu gut. Kannst du nichts machen. Das ist einfach der Skill-Level. Der ist einfach zu hoch. Das ist ja hier drin. Habe ich was gehört? Ich weiß es nicht. Nein. Sniper noch hier. Okay, lass mal das mal schnell hier hin. Oh, Lecker-Level. Das war natürlich schmackhaft, wie er reingesprungen ist. Ah, Mann. Dieser Sniper-King. Dieser King. Das ist eine Runde, wo die immer gleich spawnen. Jawohl. 30-8. Wieder eine gute Runde. Wieder ein Level gemacht. Okay, wir holen uns das wieder zurück, Alter. Ja, FL läuft auch nicht schlecht, ne? Also lief auf jeden Fall jetzt nicht schlecht in dieser Runde. Schön in die Weichteile geschossen. Warum auch immer. Ja, da haben wir wieder die 20 Minuten gleich rum. Ja, war heute etwas traurigere Folge. Aber was sollen wir machen? Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr hoffentlich auch morgen wieder dabei seid. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Ja, jetzt mache ich gerade gut Level. Ah, stimmt. Wisst ihr, was mir ja auch fehlt beim Leveln? Die Waffenstufen freischalten. Das fehlt mir ja auch beim Gesamtleveln, ne? Ich werde für diese Serie sehr lange brauchen, Freunde. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.